Hallihallo, herzlich willkommen in Balduswelt. Heute wieder in unserer Stadt für einen kleinen Mini-Stream. Besonders lang wird es heute nicht gehen. Und ich bin hier schon in der Ecke, die wir letztens verfeinert haben. Hier sind überall schöne kleine Bäumchen. Und ich habe heute mal einen ganz lustigen Titel gemacht, Kreisverkehre. Ja, wir haben in unserer Stadt so gut wie keine Kreisverkehre im Grunde genommen. Viele Leute reden ja immer davon, im neuen City Skyline 2, da wird es halt ganz leicht sein. Da kannst du hier raufklicken und da hast du hier einen Kreisverkehr. Brauchen wir gar nicht. Also wir haben in unserer Stadt im Grunde genommen so gut wie keine Kreisverkehre. Wir haben 134.000 Einwohner. Unser Verkehrsfluss liegt bei 87 Prozent. Ich habe also ein kleines bisschen verbessert. Ich zeige euch das mal gleich. Und zwar habe ich mich gestern mal, da bin ich leider doch nicht zum Stream gekommen. Also wir haben hier ein ganz lustiges Kreisverkehr Konstrukt. Hier und da bei den Autobahnausfahrten, aber sonst eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe mich mal um das Industriegebiet gekümmert. Das wäre auch im Stream ziemlich anstrengend gewesen. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar habe ich diese ganzen Straßen hier neu angelegt. Wir hatten ja diese Straße hier, die war aber weiter weg. Da hatten wir auch damals ein paar Häuser dran. Und die habe ich so umgebaut, damit hier ganz viel Platz ist. Dann habe ich diese ganzen Straßen weiter nach hier drüben gebaut, damit ich diesen Bahnhof hier seinen eigenen kleinen Ein- und Ausgang verpassen konnte. Also ich habe das jetzt so gebaut, dass hier sind ja mal so krass viele LKWs, jetzt gerade geht es hier, dass die am besten einer nach dem anderen, hier sieht man es besser, hier habe ich es auch verändert, immer reinfahren. Dass hier niemals irgendwie keine LKWs sind, weil das sind so viele. Hier hinten stehen sie schon an, von hier kommen sie auch. Das geht aber jetzt alles. Wie gesagt, wie wir gerade gesehen haben, der Verkehrsfluss ist wieder besser geworden. So, hier habe ich also auch ein bisschen mehr Platz gelassen. Ganz perfekt liegt der Bahnhof nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt läuft es super. Ich habe auch herausgefunden, es gibt Straßen, wo man hier so einen Mittelstreifen hat. Dadurch kann man verhindern, dass die Autos hier gleich rausfahren. Ich hatte ja also beim letzten Mal gesagt, die biegen nicht immer auf die andere Spur hier drüben. Das machen sie schon, wenn man hier keinen Mittelstreifen hat. Und in dem Fall ist es halt total wichtig, weil sonst waren einige LKWs, die hier gleich abgebogen sind und dadurch sind die hier oft angehalten. Die müssen aber wirklich eine nach dem anderen da reinfahren. Ansonsten hat man ein Problem. Also ich habe mich um das alles gekümmert und was ich auch noch als kleinen Tipp mitgeben könnte, ist, dass es anscheinend gut ist, wenn man diese, das sind ja die Industriezüge hier, wenn die überall verbunden sind. Ich habe sie also noch viel mehr verbunden und diese Verbindungen müssen auch immer so lang sein, dass ein Zug reinpasst. Also wenn jetzt hier zum Beispiel einer ankommt, dann muss der hier stehen bleiben. Und wenn der dann zu lang ist und hinten rausguckt, dann steht vielleicht hier ein Zug, der kann dann hier nicht lang. Ganz perfekt ist es noch nicht. Ich glaube, dieses Gleis ist nicht lang genug. Jetzt sieht man schon, jetzt wartet der hier und ich habe die noch mehr verbunden. Jetzt sieht man schon, hier will auch ein Zug hier rüber und dadurch sind glaube ich noch ein bisschen weniger LKWs unterwegs, weil wenn man das nicht verbindet, jetzt ist hier der Flughafen mit dem Bahnhof da drüben verbunden, was vorher nicht war, dann fahren wahrscheinlich die LKWs von dem auch manchmal hier zum Flughafen. Und so können sie ja hier mit dem Zug hinfahren. Jetzt sieht man schon, da entstehen manchmal so ein bisschen Zugstaus. Manchmal nimmt es auch total überhand. Müssen wir mal gucken, wie das noch wird. So habe ich euch das mal gezeigt. Also das ist eigentlich das einzige, was ich gestern gemacht habe und das hat ewig gedauert. Hat aber auch Spaß gemacht. Ich habe die Straße ein bisschen besser verbunden. Die gefällt mir noch nicht so ganz, aber der Rest ist ganz witzig, auch die hier hinten ist noch nicht so schön verlegt. Da müsste ich schon noch mal ran. Und was ich noch gemacht habe, ich habe sehr viel Industrie noch dazu gepflanzt. Also hier und da, wo noch eine Lücke frei war, hier hinten hatten wir noch ein bisschen was frei, weil wir hatten ja jetzt das Problem, dass die Gewerbegebäude immer rumgemeckert haben und im Grunde genommen auch eingegangen sind. Wir können mal ganz kurz gucken, ob jetzt hier eins dabei ist. Aber nachdem ich hier ganz viel Industrie gebaut habe, ist es immer weniger geworden und jetzt im Moment geht hier gar kein Haus mehr ein. Das gefällt mir auch sehr gut. Das hatte so ein bisschen genervt. Hier ist lustig unsere kleine Ecke mit den ganzen kleinen Mini-Häusern. Können wir uns auch mal angucken. Mehr hat da nicht hingepasst. Das sieht so ein bisschen verrückt aus. So, dann schauen wir uns mal unsere super schöne Ökostadt an. Und dadurch, dass wir die jetzt fertig haben, ist im Grunde genommen unser nächstes Ziel Amsterdam. Und ich würde sagen, wir fangen heute ein bisschen an, das Gebiet für Amsterdam anzulegen. Das heißt, wir versuchen dort Flüsse anzulegen. Und das könnte in einem riesen Chaos ausarten. Wo ich mich auch gewundert habe, also der Verkehr ist teilweise, wenn man jetzt hier in unsere Stadt auf dem Berg schaut, da fährt kaum noch ein Auto. Na gut, hier sind ein paar. Aber das ist ja sowas von wenig. Damals war hier immer alles voll. Das sieht richtig schön friedlich aus. So, damit habe ich euch alles gezeigt. Also, wie gesagt, ein paar Industriegebäude habe ich dazu gebaut. Die Industrie ist ein bisschen größer geworden. Ich habe Straßen umgebaut. Dann hatte ich hier dann ganz kurz mal einen Stau. Dann habe ich das wieder umgebaut. Diese Straße gefällt mir noch nicht so richtig, aber im Moment geht es auch. Es bilden sich auch immer mal wieder so ein paar kleinere Staus. Die lösen sich dann aber eigentlich auch wieder auf Dauer auf. Und hier drüben habe ich so ein bisschen verändert. Und zwar war hier auch ein Stau, weil hier die ganzen Autos aus der Industrie hier unten kommen. Und da habe ich das jetzt so gemacht. Hier ist eine Einbahnstraße, hier ist eine und hier ist eine. Und es hat sich jetzt wieder ein bisschen aufgelockert. Ich habe dann auch hier eine Abfahrt gebaut. Da habe ich ja auch letztens von erzählt. Hier vorne haben wir noch eine Ampel, die noch an ist. Können wir aber auch noch anlassen. Da sind so wenig Autos. Und diese Autos sind sonst auch immer alle da vorne lang gefahren. Und dadurch hat sich das auch wieder ein bisschen aufgelöst. Das sieht noch nicht gut aus hier. Ich habe hier nun mal so ganz schnell zum Ende hin noch angeschüttet gestern. Okay. Da ist unsere Ökostadt. Wunderbar. Und ich würde auch sagen, die Straßen hier vorne lassen wir so. Wir müssen jetzt über ein paar Bäumchen hin. Und vielleicht fangen wir auch damit an. Aber ich habe eigentlich eine andere Sache, mit der ich mit euch anfangen möchte. Und zwar habe ich ja gesagt, dieses komische Hochhaus da hinten. Das gefällt mir da nicht. Vielleicht können wir das stattdessen hier ins Industriegebiet reinknallen. Hier sind ja überall Parks. Hier ist zum Beispiel einer. Hier sind drei solche Parks. Hier habe ich immer dieselben gebaut. Wir können ja mal überlegen. Vielleicht hier versuchen wir mal diesen Park zu ersetzen mit diesem, ich sage mal, hässlichen Hochhaus. Na los. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Häuser an, die wir hier bauen haben lassen. Wir gucken uns das Ganze erst mal vom Weiten an. Jetzt haben wir hier so ein paar von diesen IT-Cluster-Häusern mit drin. Und damit würde ich sagen, ist unser Babylon perfekt. Sie gucken so ein bisschen oben rüber. Naja, man sieht es kaum. Man sieht es kaum, aber vom Nahen ist es schon ganz cool, dass die alle so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und dieser Monster-Turm, da bin ich auch sehr froh, dass wir den hier reingebaut haben. Woanders hätte er gar nicht hingepasst. Eine riesige brutale Häuserwand. Alter Schwede. Also um ehrlich zu sein, habe ich davon jetzt auch langsam genug. Hier drüben haben wir nochmal hier ein großes Haus bauen lassen. Damit bin ich eigentlich jetzt auch ganz zufrieden. Jetzt haben sie hier nochmal das gebaut, aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Aber das ist doch ganz schön. Aber damit würde ich sagen, kommen wir hier mal zum Ende mit diesem Rumgebastel. Lass die jetzt hier einfach bauen, was sie wollen. Und hier geht gar nichts hin. Na gut, lassen wir mal so. Können wir demnächst mal schauen, was draus geworden ist. Okay, was für ein riesen Akt. So, wir schauen uns nochmal kurz die Ecken an, die wir heute gebaut haben. Wir sind endlich diesen fetten Turm losgeworden. Und wir sind hier drüben. Hier haben wir ein ganz lustiges Haus ins Industriegebiet gebaut. Passt da eigentlich ganz gut rein. Ich finde es nicht so schön. Und hier hinten haben wir einen Monster Klopper nach oben gebaut. So, in unserer Altstadt haben wir jetzt dieses wunderschöne Häuschen. Und das ist doch ganz schön. Damit würde ich sagen, haben wir jetzt alles verziert und es hat echt länger gedauert, als ich dachte. Und jetzt wollen wir uns mal darum kümmern, hier hinten Amsterdam anzulegen. Da ganz hinten. Hier kommt jetzt Amsterdam hin. Weit entfernt von dem ganzen anderen. Und ich würde sagen, wir warten mal noch bis zum Sonnenaufgang. Ich werde noch ein Zigarettchen rauchen und dann legen wir los. Wir müssen dann ein Pausenmenü anschalten. Oh, es ist schon relativ spät. Also ich denke, wir werden da nicht so weit kommen. Aber dann machen wir schon mal den Anfang und beim nächsten Mal machen wir da sofort mit weiter. Also diese Optik hier finde ich jetzt auch immer sehr, sehr schön. Und da werden wir erstmal ganz viel graben müssen und den Fluss da rein leiten. Und dann bin ich ja mal gespannt, was das für ein Chaos ergibt. Und dann können wir jetzt auf den Acht und an dem Acht. Und dann können wir da jetzt mal auf die nied stattfindet. Und dann können wir da, dass das ein Chaos ergibt. Und dann können wir das ein Chaos-Einig. So, damit ist es hell geworden und wir schauen jetzt mal nach, wie viele Pumpstationen wir hier haben, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Stück, wir müssen jetzt also 13 Pumpstationen nach hier vorne bauen und ich schalte mal Hey, was ich jetzt nochmal prüfen wollte, also wenn man es hier rüber baut, Bäume weg, wenn man es wieder abreißt, Bäume wieder da, genau, deswegen würde ich jetzt sagen, wir schützen jetzt mal hier unsere Kante, kann ja wohl nicht sein, oh no, auf dem Wasser nicht möglich, also im Nachhinein kannst du das gar nicht mehr machen, oh no, ey, wir müssen tatsächlich nochmal die Pumpen abstellen, so, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, da ist ja das Spiel knallhart, da bin ich ja auch mal gespannt, ob das, ähm, weil City Skyline 2 auch so knallhart ist mit dem Wasser, alter Schwede, ey, und ist das nervig. So, wir lassen also jetzt erstmal wieder das Wasser sich drüben beruhigen und währenddessen planen wir aber schon mal, wie wir das Ganze anlegen wollen. Play, ich meine, wir können hier kurz noch zugucken, oh mein Gott, was auch böse ist, dass du halt im Nachhinein das nicht mehr hinbauen kannst, also wenn das einmal fließt, alter Schwede, no, das habe ich so auch noch nicht gesehen, die Autospülen weg, Katastrophe, Stopp, Riesenkatastrophe, wir müssen Wind Diesel retten, der ist dabei hier Arc 2 noch zu zocken, Schluss mit dem Blödsinn, Feuerwehr, okay, es fließt wieder ein bisschen ab, oh, gerade noch gerettet, Leute. Alter, dieses Spiel ist auch bereit dazu, einem alles zu zerstören, ne? Kann ja wohl nicht wahr sein, da kommt die Polizei, okay, ich glaube, wir haben es aufgehalten. Jetzt wisst ihr so ein bisschen, was wir vorhaben, das große Desaster. Okay, jetzt sieht man, dass hier langsam das Wasser wieder rausgesogen wird. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so krass ist. Okay, wir planen jetzt. Wir planen jetzt. Hier soll Amsterdam hin. Und ich habe mir so vorgenommen, dass wir hier einen fetten Fluss machen. Der macht hier einen Kreis, einen Bogen und geht hier wieder zurück. Jetzt ist die Frage, ob uns das reicht oder ob der hier vor dieser Autobahn wieder zurück soll. Aber hier gehört uns das Gebiet schon nicht mehr. Also ich denke, hier hinter soll es hin. Na, dann mal los. Dann heben wir jetzt einen tiefen Graben aus. Und wir sehen schon, da ist eine Autobahn. Da ist eine nervige Autobahn im Weg. Also Amsterdam soll jetzt auch nicht so groß werden. Wir fangen mal an zu buddeln. Ich stelle mal ein bisschen größer. Oh ja, das sieht schon ganz nett aus. Das ist so ein bisschen die Frage, wie tief es werden soll. Wir können uns an dem Fluss ein bisschen orientieren. Wir gucken mal, wie tief der hier in der Mitte ist. Und nehmen mal so viel Erde weg. Dann wissen wir genau, wie tief der ist. Der ist nicht so tief. Na, dann machen wir das hier auch so, würde ich sagen. Der ist verdammt flach. So, also wenn man sich das jetzt so anguckt, was richtig blöd ist. Ich meine, wir können es mal ganz kurz gucken. Dass du halt den Kai, den kannst du erst, also Kai hier, die Begrenzung, kannst du erst bauen, wenn da Wasser ist. Küste benötigt. Hier geht es jetzt. Okay, da waren wir außerhalb der Stadtgrenze. Hier geht es jetzt. Das bedeutet, wir können es erst verzieren, wenn hier alles voll ist mit Wasser. Wenn man sich ein bisschen mit dem Spiel auseinandersetzt, braucht man auch keine Kreisverkehre. Da kann man dann hier so ein riesiges Gewerbegebiet haben und die Leute wissen, wie man Auto fährt. Guckt euch das an hier. Ohrbildlich. Aber es sind auch viel weniger Autos geworden. Ich bin selbst überrascht. Wir können mal hier kurz lang fliegen, bis wir hier weggeploppt werden. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall. Bei City Skyline 2 kann man sich wahrscheinlich die Stadt wesentlich schöner angucken. Wir machen den kompletten Rundflug hier heute. Ja, so sieht das Ganze aus. Da hinten, oh, guckt mal. Wer da rüber schmummelt, unser riesiger Babylon-Turm zu Babel. Da ist er. Unser wunderschönes, ähm, überhaupt nicht schönes hier etwas. Da haben wir es untergebracht, sehr gut. Uh, Flugzeug im Sturzflug. So. Verabschieden wir uns mal von Babylon. Babylon hat heute ein paar neue Häuser bekommen, die so ein bisschen über die anderen rüberragen. Hier haben wir jetzt also im Grunde genommen nahezu alle Häuser drin. Oh, schön ist was anderes, sage ich mal. Hier müssen auf jeden Fall Bäume hin. Hier fährt der Zug rum. Und hier gucken wir nochmal, was sich hier für Häuser jetzt gebildet haben. Hier waren wir am Ende am Basteln. Ja, meinetwegen. Also das Haus, was ich wollte, wurde nicht gebaut. Aber die Ecke sieht auf jeden Fall besser aus, als vorher. Da waren ja nur solche kleinen hier. Ich finde, damit haben wir hier Babylon nochmal zusätzlich zugebaut. So, wir können auch mal gucken. Wir haben auch eine Ecke richtig toll verzehrt. Ich gucke mal ganz kurz nach. Haben wir Minus gemacht? Ja, wir machen tatsächlich Minus. Uh, aber das kommt durch den Bau, den wir jetzt gemacht haben. Das ganze Erde abschütten und so habe ich jetzt nicht darauf geachtet. Ich kann also nicht wirklich sagen, ob wir Minus machen. Aber wir haben eine gute Million ausgegeben da hinten. Oh. Das müssen wir natürlich auch überprüfen. So, was richtig toll war. Wir haben hier rausgefunden, hier war ein Park zu viel drin. Den haben wir weggenommen. Stattdessen ist hier nur noch eine kleine Hüpfburg. Dann haben wir hier so ein bisschen Bäume angepflanzt. Hat auch ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall sehr schön. Jetzt haben wir hier eine etwas grünere Ecke mitten in Babylon. Und auch hier auf der Straße haben wir mal ein paar vernünftige Bäume hingesetzt. Sehr schön. Hier hinten haben wir nicht viel gemacht heute. Haben wir gar nichts gemacht. Hätte ich auch gerne. Vielleicht fangen wir beim nächsten Mal an, dass wir hier ein paar Bäume pflanzen. Vielleicht stürzen wir uns aber auch sofort auf die Ecke da hinten. Das lässt mir jetzt gar keine Ruhe. Und das macht auch Spaß, wenn man dann da irgendwann mal anfangen können zu bauen. So, diese Häuser sind nicht in Babylon. Wenn man es jetzt komplett übertreiben würde, könnte man die auch noch bauen lassen da drin. Schwierig wäre es nicht. Aber überflüssig. Also gut, die haben hier auch noch ein schönes großes Hochhaus. Sehen wir ja hier überall. Man sieht aber auch jetzt, es ist sehr begrenzt hier. Guckt mal, wie oft dasselbe Haus gebaut wurde. Also Ökostadt hat nicht so eine krasse Vielfalt an Hochhäusern. Da reicht es absolut, so eine Fläche zu haben. Es würde sogar reichen, hier ein so ein Batzen zu haben und nicht zwei. So, hier haben sie ganz kleine Mini-Häuser gebaut. Da müssen wir dann später auch noch weiter bauen. Den Rest haben wir aber schon sehr schön angelegt hier. Wir werden dann ein paar von den Hochhäusern abreißen, die uns nicht so gefallen hatten wir ja schon mal gemacht. Das hier vorne hat sich aber wieder gebaut. Das werden wir dann später auch noch perfektionieren, dass hier nicht so viele von den gleichen Hochhäusern sind. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben das Einkaufszentrum da hinten reingebaut. Können wir uns nochmal angucken. Ja, das sieht auf jeden Fall von Weitem schon besser aus, als dieser komische Turm hier. Und in der Nacht ist doch ganz schön. Können wir hier ranzoomen. Ich denke mal, das können wir hier lassen. Ich muss aber sagen, das ist eigentlich ein ganz schönes Gebäude. Welches man wirklich auch von allen Seiten mit Straßen umbauen könnte. Und so richtig in den Vordergrund bringen. Überlegen wir uns noch. Vielleicht finden wir noch ein anderes Haus, was nicht so schön ist. Und werden das dann hier hin tun. Und schnappen uns hier nochmal dieses schöne Häuschen. Ich meine, das könnte auch mit nach Amsterdam. Da werden wir uns noch überlegen müssen, wie das alles weitergehen kann. Oh, guckt mal hier. Das sieht ja mal richtig schön aus. Gut, was haben wir noch gemacht? Schauen wir uns nochmal da oben die Ecke an. Da schmurmelt jetzt ein Häuschen hier zusätzlich durch. Ist aber ziemlich im Hintergrund. Ich würde aber sagen, das passt da sehr gut rein. Ist jetzt nicht der absolute Hingucker. Da ist es versteckt. Wunderbar. Aber dadurch sind wir jetzt fast alle ganz normalen Parks losgeworden. Ich wollte euch nochmal das Haus zeigen, worauf ich gewartet habe. Ich habe auf dieses Haus hier gewartet vorhin. Das wollten sie aber da drüben nicht bauen. Und das Haus finde ich auch richtig cool. Das ist aber wirklich auf einer einzigen Fläche. Müssen wir uns merken. Wir können mal kurz gucken, ob es noch ein Haus gab, was nicht gebaut wurde. Ich meine, so viel Fläche habe ich jetzt hier auch nicht damit bepflanzt, mit diesem IT-Bereich. Ich würde sagen, alle anderen Häuser wurden gebaut. Hier ist dieses Haus, was da vor diesem Parkplatz hat. Hier ist dieses typische Abgestufte. Die anderen, das sind Wohngebäude hier drüben. Also auch das hält sich in Grenzen. Es gibt hier noch so ein kleines, kleines, schmales, was vielleicht an so einer Ecke neben so einem anderen Haus auch richtig cool aussehen könnte hier. Also hier haben wir auch schon sehr viel verziert. Hier müssen aber eigentlich diese beiden Häuser nochmal weg. Das Haus hat sich auch drüben gebaut. Ja, ich würde sagen, wir haben heute so ein bisschen rausgefunden, welche Häuser es da gibt. Unter diesen IT-Gebäuden. Was ist das hier für eins? Ja, das hatten sie drüben, glaube ich, auch kurz mal gebaut. Hier sieht es eigentlich ganz nett aus. Okay, schauen wir nochmal darüber. Da schaut jetzt dieses verrückte Haus hervor. Und das gefällt mir richtig gut. So, hier hinten haben wir nicht so viel gemacht. Man sieht schon vom Weiten. Unser Klops. Und ich würde sagen, der kann auch hier bleiben. Da müssen wir demnächst nochmal ein paar Bäume pflanzen hier drumherum. Sind wir da Täuschen auch los? Wir können mal ganz kurz schauen, welche Häuser wir noch haben. Welche besonderen. Und mal schauen, also vielleicht würde das hier auch nach Amsterdam passen. Vielleicht auch der Triumphbogen, müssen wir mal gucken. Aber wir wissen ja, da ist nicht viel Platz. Aber deswegen, diese kleinen Gebäude könnten reinpassen. Vielleicht sogar auch das Fußballstadion. Das finde ich auch richtig geil. Das könnte auch nach Amsterdam passen. So, also viele Häuserchen sind nicht mehr übrig. Aber es gibt noch mehr, die ich hier auch noch freischalten will. Alter Schwede. Hier ist die fette Post, die immer so einen Trouble macht. Da sind sie am Rumgurken und verstopfen unsere Straßen. Die Biester. Hier ist eine unserer ersten Ecken. Ja, und wo sie sich schon so ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass bei City Skyline 2 keine Leute hier auf den Basketballfeldern und so spielen. Ist natürlich schade, weil das haben sie ja hier so toll gemacht. Ich muss aber auch sagen, mit der Animation der Sims, wo sie arbeiten und was weiß ich, das wäre mir zum Beispiel nicht so wichtig. Klar, dass es so ganz grob gemacht ist oder so. Aber ganz ehrlich, wo jetzt manche schon gesagt haben, oh, es ist so geil und die Sims, sie arbeiten nicht da, wo das am nächsten wäre, sondern ganz realistisch hier und da. Also ganz ehrlich, bei so einem Spiel hier, da ist mir das scheißegal, wo der Sim von hier arbeiten geht. Wichtiger ist mir, dass mein Computer damit klarkommt. Alter Schwede, ich hoffe, das Spiel wird bei mir funktionieren. Es sind noch ein paar Tage hin. Zwei, drei Tage. Und dann werde ich auch bei City Skyline 2 reinschauen können. Wollen wir doch mal gucken. Aber wir kennen das ja, dass die Prioritäten nicht richtig gesetzt sind. Also das ist ja schon fast eine Regel bei allen Computerspielen, sage ich mal. Also vor allem bei allen Nachfolgern. So, wir wollen mal das Beste hoffen. Ja, und hier habe ich noch keine schöne Optik irgendwie gefunden, wie man vielleicht im Babylon im Hintergrund, vielleicht so hier irgendwo, hinter der Ökostadt. Alter Schwede. So, aber ich bin mega happy. Da hinten wartet Amsterdam. Und damit werde ich mal Schluss machen für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mega Spaß gemacht. Beim nächsten Mal muss es weitergehen hin mit Amsterdam. Wir haben schon mal jede Menge gebuddelt. So, dann lasst es euch gut gehen. Gute Nacht. Und schon mal schönen Sonntag. Und bis bald. Tschüss.